Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge Teller Buntes. Teller Buntes, wo wir alles mögliche machen. Alka-Shards, ein bisschen Weg der Tapferkeit öffnen. Und heute werden wir auch noch Alpha-Beschwörung machen. Krasse Scheiße. Von daher fangen wir einfach an. Los geht's. Und da sind wir auch schon. Ja, und, und. Wir müssen ganz kurz gucken. Und, ja. Ja, ganz knappe Ding. Einen Punkt haben wir hinten gelegen. Ja, beim Gegner. Jetzt hier zum Finale im Krieg. Einen Punkt vor dem letzten Angriff. Ja, und dann hat Heldenmeister zum Herzschlagfinale beigetragen. Und hat den noch weggeprügelt mit 61 Points. Aber das war, da hätte man, na, wer weiß, ja, hätte auch schief hinkönnen. Jedenfalls haben wir gewonnen. Ja, also wirklich knappes Ding, Junge. Hier, Beute gucken wir auch noch. Ist ja Tellerbunteszeit. Ja, kann man ja bei Beute gucken. Siehste, ist scheiße. Ja. So. Okay, fangen wir an. Ja. Weg der Tapferkeit habe ich mir gegönnt. Und, ähm, es ist so, dass ich dieses Mal hier unten, sage und schreibe, eine Kiste vollgekriegt habe. Ja. Und beim Weg der Riesen habe ich sie noch nicht voll. Das muss ich heute noch machen. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, um die, ähm, äh, Fragmente hier für Alpha-Beschwörungen rauszuholen, äh, machen wir das einfach mal. Wir wollen aber natürlich erst mal sehen, was ist in der Kiste drin, ja? Und von daher starten wir mit der Kiste auch rein. Die Prämienbelohnung ist schon mal prämienmäßig. Wahnsinn. Eine jüdende Münze. Ja. Ja, ich dachte jetzt, wisst ihr, man nickt ja immer so mit, wenn was kommt. Ja, ich dachte, ich nick noch ein bisschen weiter, vielleicht kommt ja noch was, aber kommt nix. Ja. Gut, also war wieder scheiße, äh, scheiße. Die Billow-Kiste war sowieso für den Arsch. Ähm. Tolles Ding. Ja. So. Die nehmen wir natürlich mit hier. Alpha-Jedönst und alles, ne? Das sammeln wir ein. Unerzählte Geschichtenmünzen sind immer gut. Weil, da will ich demnächst was machen. Schätze ich mal. Ja. Joa. So, Weg der Riesen. Wie angekündigt, bin ich noch nicht, äh, unten und auch noch nicht hier. Da fehlen mir 25 Punkte. Und hier fehlen mir 1525. Ich hab heute aber auch noch nichts gemacht davon. Und durch die 1250, die ich da unten bekomme und die paar Punkte, die ich hier oben bekomme, kriegt die dann voll. Können wir jetzt aber nicht öffnen. Wir wollen aber die, äh, Dings und Bumse haben. War ich schlecht vorbereitet. Wir wollen ja diese Kristalle. Ja. Also, was heißt schlecht vorbereitet? Das hat sich heute nicht ergeben, dass ich das noch schnell, äh, zusammenspiele. Hm. Was mach ich denn heute Abend? Trainerhelden sind immer gut. Gerade die Trainertruppen sind immer gut. Von daher. Passt das. Ja. Eigentlich schöne Sachen drin. Ja. Sind denen immer noch schön. Find den immer noch schön. Ah. Ähm. Genau. Ja. Heldenumschulung holen wir ja nicht raus. Machen wir nicht. Weil, ähm, warten wir wieder auf, äh, Tauschi, Tauschi, Seelentauschi. Tauschi, Tauschi. Ja. Aber Alka-Schalzbaum machen. Jetzt wollte ich schon gleich in die Beschwörung gehen. Das geht doch gar nicht. So, hier. Sechs Rucksäcke. Verpeilt wieder anzuschmeißen. Ein Mensch, hab ich, oh, so richtiger Joe, ja. Also, nicht so cool. Ja. Dann hab ich ja hier mein, äh, Fleisch, äh, Lager. Da hol ich jetzt, äh, raus, äh, demnächst. Äh, 32 Tage sind jetzt auch nicht mehr so viel. Aber da hol ich raus, ähm, um meine anderen Truppen da auf Level 23 zu bringen. Ja. Das mach ich zur Not auch mit Einsternern. Ist mir egal. Die werden alle hochgebracht und dann ist da Ruhe gepfiffen. So, aber viermal kriegen wir, ach, guck mal hier. Müssen wir mal wieder, so. Ja, sonst läuft das aus. Ne? Bei meinem verpeilten Zustand aktuell könnte das schon mal sein. Ja. So. Ähm. Ähm. Viermal, räudige Sachen rein. Hoffnung auf vier Sterne Aufstiegsmaterial. Hat er lange überlegt, um mir nichts zu geben, muss man mal sagen. Ja. Lange überlegt, doch nichts bekommen. Das ist auch schon wieder 7.991, ja. Das ist auch schon wieder der größte Scheiß. Aber wir machen es trotzdem und gucken mal, was so kommt. Ich hab das Gefühl, dass ich eigentlich eher Kleriker brauche. Da muss ich ständig rausholen. Aber wir nehmen mal lieber die Barbarin. Ja, ja, ja. Dann nehmen wir die Bücher. Dann nehmen wir einfach die Bücher. So. 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 Mach ich von allem nicht so viel. Aber von denen hier, da fehlt es mir auch massiv. Da musste ich Uraeus. Also Urin. Den musste ich leer machen. Weil ich irgendeinen anderen... Ah, hier. Die ja schon. Die ja schon. Da hab ich das gegeben. Und demzufolge musste ich das halt leer machen. Das war natürlich blöd. Ja, also Kämpfer haben wir offensichtlich genug. Aber keine Kämpferhelden. Na, wie es immer so ist. Ja. Keine Kämpferhelden. Hm. Ah ja. Dann nehmen wir die wieder. Oh. 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 Ja. Ja. Dann nehmen wir ein Buch der Taktik. Acht Stück. Jetzt fehlen nur noch die Helden dafür. Ja. Dann. Werdet super. Ja, Paladin haben wir immer. Haben wir immer wenig. Warum, wiss ich eigentlich. Ich hab ja nicht das Gefühl, dass ich viele Paladin-Helden habe. Aber. Wer wiss das schon. Ja. Wer wiss das schon. So. Und dann geht's rein in die Beschwörung. Eine Zehner und theoretisch sechs Einzelne. Hm. Wiss ich auch nicht. Ob wir die sechs Einzelne noch machen. Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall erstmal eine Zehner. Ähm. Äh. Warte mal. Ja. Ich wollte ja hier. Ja. Wollte ich euch zeigen. Ja. Hier ganz special. Ja. Ich gucke euch jetzt auch da an. Ja. Ich gucke euch da an. Und ich gucke euch auch da an. Das ist verrückt, Junge. Ja. Lichtverhältnisse. Nicht ideal. Aber egal. Wissst du? Und so. Ja. Damit wir das richtig zelebrieren können. Jetzt. Ne. Ist ja logisch. So. Zehner. Komm Baby. Alpha Combo. Habe ich euch gesagt. Kommt. Kleiner. Und Dicke. Mit einer Alpha Combo zu starten. Ist auf jeden Fall immer gut. Gut. Weil dann hast du ein Alpha Save. Ja. Ja. Legendär ist cool. Alpha. Sechs Schlüpper. Ist. War jetzt nicht so prall. Ja. Also ein Alpha war jetzt gut. Aber. Ansonsten auch nicht so prall. Ist übrigens ein bisschen spooky. Mich gucken da ja immer so Köpfe an. Ja. So. Ich glaube, dass ich jetzt bei den einzelnen Beschwörungen Glück habe. Ich mache auch die einzelnen. Weil ich mir dann ein bisschen eine Murmel machen muss. Wenig wie wo. Was mache. Deswegen machen wir die jetzt einfach. Und das kommt. Siehst du? Legendäre Feuerkummer. Habe ich dir gesagt. Sag kurzzeitig wie weiß aus. Wie Alpha. Ja. Verwirrung. Man hätte natürlich sinnvoller Wert natürlich gewesen, wenn man mir erwartet hätte. Und hätte dann nochmal irgendwie drei so eine Kristalle gekommen. Ja. Also 30 davon. Aber. Das ist wie das. Kommt ja gleich eine super Alpha Combo. Von daher. Genau die da. Die ich gerade. Und so im Hintergrund hatte. Kommt. Oder auch nicht. Aber rein von den legendären Kombos kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Muss man mal sagen. War jetzt. Weiß nicht. War Semi. Ja. War Semi. Ein Alpha. Jetzt auch nicht so der absolute Bringer. Aber was soll's. Jo. So sieht's aus. Ihr seht. Ich hab volle Weltenergie. Ich müsste mal wieder was spielen. Heute noch. Aber ich hab ja noch den Weg, den ich vor mir habe. Von daher. Kriegen wir das in den Griff. Und werden dann nochmal ordentlich durchdrehen. Jo Leute. Das soll's gewesen sein. Gar nicht in der Länge ziehen. Wir haben ein bisschen Tellerbuntes gemacht. Und wer weiß. Nächstes Mal quatscht man vielleicht über irgendwas anderes. Muss man mal gucken. Ja. Was mir so einfällt. Von daher Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe. Ihr hattet geilere Sachen drin. Bis dann. Macht's gut. Ciao.